27. Kapitel Das ist eine Dame und ein Frauenzimmer dazu, sagte sich Dubslav, still in seinem alten Herzen, als er jetzt Melusine den Arm bot, um sie vom Flur her in den Salon zu führen. So müssen Weiber sein. Auch Adelheit bemühte sich, entgegenkommen zu zeigen, aber sie war wie gelähmt, das Leichte, das Heitere, das Sprunghafte, das die junge Gräfin in jedem Worte zeigte, das alles war ihr eine fremde Welt und das ihr eine innere Stimme dabei beständig zuraunte. Ja, dies Leichte, das hast du nicht, das ist das Leben und das Schwere, das du hast, das ist eben das Gegenteil davon. Das verdross sie, denn trotzdem sie beständig Demut predigte, hatte sie doch nicht gelernt, sich in Demut zu überwinden. So war denn alles, was über ihre Lippen kam, mehr oder weniger verzerrt, ein Versuch zu Freundlichkeiten, die schließlich in Herbigkeiten ausliefen. Lorenzen, der erschienen war, half nach Möglichkeit aus, aber er war kein Damenmann, noch weniger ein Cousin, und so kam es denn, dass Dubslav mit einer Art Sehnsucht nach dem Oberförster ausblickte, trotzdem er doch seit Mittag wusste, dass er nicht kommen würde. Das jüngste Töchterlein war nämlich gestorben und sollte den anderen Tag schon auf einem kleinen, von Weihnachtsbäumen umstellten Privatfriedhof, den sich Katzler zwischen Garten und Wald angelegt hatte, begraben werden. Es war das vierte Töchterchen in der Reihe, jede lag in einer Art Gartenbeet und hatte, wie ein Samenkorn, dessen Aufgehen man erwartet, ein Holztäfelchen neben sich, darauf der Name stand. Als Dubslav Einladung eingetroffen war, war Ermündrud wie gewöhnlich in Katzler gedrungen, der Einladung zu folgen. Ich wünsche nicht, dass du dich deinen gesellschaftlichen Pflichten entziehst, auch heute nicht, trotz des Ernstes der Stunde. Gesellschaftlichkeiten sind auch Pflichten und die barbischen Damen, ich erinnere mich der Familie, werden gerade wegen der Trauer, in der wir stehen, in deinem Erscheinen eine besondere Freundlichkeit sehen. Und das ist genau das, was ich wünsche. Denn die Komtesse wird über kurz oder lang unsere nächste Nachbarin sein. Aber Katzler war festgeblieben und hatte betont, dass es Höheres gäbe als Gesellschaftlichkeiten und dass er durchaus wünsche, dass dies gezeigt werde. Der Prinzessin Auge hatte während dieser Worte hoheitsvoll auf Katzler geruht, mit einem Ausdruck, der sagen zu wollen schien, »Ich weiß, dass ich meine Hand keinem Unwürdigen gereicht habe.« Katzler also fehlte, doch auch Koseleger, Trotz seiner Zusage war noch nicht da, so dass Dubslav in die sonderbare Lage kam, sich den Quaden Hennersdorfer, aus dem er sich eigentlich nichts machte, herbeizuwünschen. Endlich aber fuhr Koseleger vor, sein etwas verspätetes Kommen mit Dienstlichkeiten entschuldigend. Unmittelbar danach ging man zu Tisch und ein Gespräch leitete sich ein. Zunächst wurde von der Nordbahn gesprochen, die seit der neuen Kopenhagener Linie, den ihr von früher her anhaftenden Schreckensnamen siegreich überwunden habe. Jetzt heiße sie die Apfelsinenbahn, was doch kaum noch übertroffen werden könne. Dann lenkte man auf den alten Grafen und seine Besitzungen im Graubündischen über, endlich aber auf den langen Aufenthalt der Familie drüben in England, wo beide Töchter geboren seien. Dies Gespräch war noch lange nicht erledigt, als man sich von Tische erhob und so kam es, dass sich das Plaudern über eben dasselbe Thema beim Café, der im Gartensalon und zwar in einem Halbzirkel um den Kamin herum eingenommen wurde, fortsetzte. Dubslav sprach sein Bedauern aus, dass ihn in seiner Jugend, der Dienst und später die Verhältnisse daran gehindert hätten, England kennenzulernen. Es sei doch nun mal das vorbildliche Land, eigentlich für alle Parteien, auch für die Konservativen, die dort ihr Ideal mindestens ebenso gut verwirklicht fänden wie die Liberalen. Lorenzen stimmte lebhaft zu, während andererseits die Domina ziemlich deutliche Zeichen von Ungeduld gab. England war ihr kein erfreuliches Gesprächsthema, was selbstverständlich ihren Bruder nicht hinderte, dabei zu verharren. Ich möchte mich, Frau Dubslav-Fort, in dieser Angelegenheit an unseren Herrn Superintendenten wenden dürfen. Waren Sie drüben? Leider nein, Herr von Stechlin, ich war nicht drüben, sehr zu meinem Bedauern und ich hätte es so leicht haben können, aber es ist immer wieder die alte Geschichte, was man in ein paar Stunden und mitunter in ein paar Minuten erreichen kann, das verschiebt man, eben weil es so nahe ist und mit einem Male ist es zu spät. Ich war Jahr und Tag im Haag und von da nach Dover hinüber war nicht viel mehr als nach Potsdam. Trotzdem unterblieb es oder richtiger gerade deshalb, dass ich den Tunnel oder den Tower nicht gesehen, das könnte ich mir verzeihen, aber das Leben drüben, wenn irgendwo das vielzitierte Wort von dem in einem Tage mehr gewinnen als in des Jahres einerlei hineinpasst, so da drüben alles modern und zugleich alles alt, eingewurzelt, stabilisiert. Es steht einzig da, mehr als irgendein anderes Land ist es ein Produkt der Zivilisation so sehr, dass die Neigungen der Menschen kaum noch dem Gesetze der Natur folgen, sondern nur noch dem einer verfeinerten Sitte. Die Domina fühlte sich von allem mehr und mehr unangenehm berührt, besonders als sie sah, dass Melusine zu dem, was Koselege ausführte, beständig zustimmend nickte. Schließlich wurde es ihr zu viel. Alles, was ich da höre, sagte sie, kann mich für dieses Volk nicht einnehmen, und weil sie rundum von Wasser umgeben sind, ist alles so kalt und feucht, und die Frauen, bis in die höchsten Stände hinauf, sind beinahe immer in einem Zustand, den ich hier nicht bei Namen nennen mag. So wenigstens hat man mir erzählt. Und wenn es dann neblig ist, dann kriegen sie das, was sie den Spleen nennen, und fallen zu Hunderten ins Wasser, und keiner weiß, wo sie geblieben sind. Denn wie mir unser Rentenmeister Fix, der drüben war, aufs Wort versichert hat, sie stehen in keinem Buche und haben auch nicht einmal das, was wir Einwohnermeldeamt nennen, so dass man beinahe sagen kann, sie sind so gut wie gar nicht da. Und wie sie kochen und braten, alles fast noch blutig, besonders das, was wir hier englische Beefsteaks nennen, und kann auch nicht anders sein, weil sie so viel mit Wilden umgehen und gar keine Gelegenheit haben, sich einer feineren Gesittung anzuschließen. Koseleger und Melusine wechselten verständnisvoll Blicke. Die Domina aber sah nichts davon und fuhr unentwegt fort. Fix ist ein guter Beobachter, auch von Sittenzuständen, und einer ihrer Könige, worüber ich auch schon als Mädchen einen Aufsatz machen musste, hat fünf Frauen gehabt, meist Hofdamen, und eine hat er köpfen lassen, und eine hat er wieder nach Hause geschickt, und war noch dazu eine Deutsche, und sie sollen auch eigentlich keinen Adel mehr haben, weil mal ein Krieg war, drin sie sich umschichtig enthaupteten, und als alle weg waren, haben sie gewöhnliche Leute rangezogen und ihnen die alten Damen gegeben. Und wenn man denkt, es ist ein Graf, so ist es ein Bäcker, oder höchstens ein Bierbrauer. Aber viel Geld sollen sie haben, und ihre Schiffe sollen gut sein und dauerhaft und auch sehr sauber, fast schon wie holländisch. Aber in ihrem Glauben sind sie zersplittert und fangen auch schon wieder an, katholisch zu werden. Der alte Dubslav, als die Schwester mit ihrem Vortrag über England einsetzte, hatte sich mit einem »Schicksal, nimm deinen Lauf« sofort resigniert. Voldemar aber war immer wieder und wieder bemüht gewesen, ein Themawechsel eintreten zu lassen, worin er vielleicht auch reüssiert hätte, wenn nicht Koseleger gewesen wäre. Dieser, entweder weil er als ästhetischer Feinschmecker an Adelheitsauslassungen ein aufrichtiges Gefallen fand, oder aber weil er die von ihm selbst angeregte Frage hinsichtlich Natur und Sitte, die sein Steckenpferd war, gerne weiterspinnen wollte, hielt an England fest und sagte, »Die Frau Dominant scheint mir davon auszugehen, dass gerade der mitunter schon an den wilden, grenzenden Naturmensch drüben in vollster Blüte steht, und ich will das auch nicht in jedem Punkte bestreiten, aber daneben begegnen wir einem Lebens- und Gesellschaftsraffinement, das ich trotz manchem Anfechtbaren als einen höchsten Kulturausdruck bezeichnen muss. Ich erinnere mich unter anderem eines gerade damals geführten Prozesses, über den ich, als ich im Haag lebte, meiner kaiserlichen Hoheit täglich Bericht erstatten musste. High-Life-Prozesse gingen ihr über alles. Und der Gegenstand, um den es sich da behandelte, war so recht der Ausdruck eines verfeinerten, oder meinetwegen auch überfeinerten Kulturlebens, so recht das Gegenteil von bloßem Naturburschentum. Es ist freilich eine ziemlich lange Geschichte. Schade, sagte Dubslav, aber trotzdem, wenn überhaupt erzählbar. Oh, gewiss, gewiss, das denkbar harmloseste. Nun denn, lieber Superintendent, wenn wirklich so harmlos, so mache ich mich ohne weiteres zum Anwalt unserer gewissen neugierigen Damen, meine Schwester, die Domina, mit eingeschlossen. Wie war es, wie verlief die Geschichte, für die sich eine kaiserliche Hoheit so lebhaft interessieren konnte? Nun, wenn es denn sein soll, nahm Koseleger langsam und wie bloß einer Pression nachgebend das Wort. Es lebte da zu jener Zeit eine schöne Herzogin in London, die es nicht ertragen konnte, dass die Jahre nicht spurlos an ihr vorübergehen wollten. Fältchen und Krähenfüße zeigten sich, in dieser Bedrängnis hörte sie von ungefähr von einer plastischen Künstlerin, die durch Auftrag einer Wachspaste, die Jugend wiederherzustellen wisse. Diese Künstlerin wurde gerufen und die Wiederherstellung gelang auch, aber nun traf eines Tages die Rechnung ein, die Bill, wie sie da drüben sagen. Es war eine Summe, vor der selbst eine Herzogin erschrecken durfte. Und da die Künstlerin auf ihrer Forderung beharrte, so kam es zu dem angedeuteten Prozesse, der sich alsbald zu einer cause célèbre gestaltete. Sehr begreiflich, versicherte Dubslav und Melosine stimmte zu. Zahlreiche Personen traten in der Verhandlung auf und als Sachverständige wurden zuletzt auch Konkurrentinnen auf diesem Spezialgebiet der plastischen Kunst vernommen. Alle fanden die Forderung erheblich zu hoch und der Sieg schien sich rasch der Herzogin zuneigen zu wollen. Aber in eben diesem Augenblicke trat die sich arg bedrängt sehende Künstlerin an den Vorsitzenden des Gerichtshofes heran und bat ihn, an die erschienenen Fachgenossinnen einfach die Frage, nach der Dauer der durch ihre Kunst wiederhergestellten Jugend und Schönheit richten zu wollen, eine Bitte, der der Oberrichter auch sofort nachkam. Was darauf geantwortet wurde, lautete hinsichtlich der Dauer sehr verschieden. Als aber trotz der Verschiedenheit dieser Angaben keine der Konkurrentinnen mehr als ein Vierteljahr zu garantieren wagte, wandte sich die Verklagte ruhig an den Hohen Gerichtshof und sagte nicht ohne Würde, meine Herren Richter, meine Mitkünstlerinnen, wie sie soeben vernommen haben, helfen auf Zeit. Was ich leiste ist beautifying forever. Alles war von diesem Worte hingerissen, der hohe Gerichtshof mit und die Herzogin hatte die Riesensumme zu zahlen. Und wäre dergleichen hier landesmöglich, fragte Melusine. Ganz unmöglich, entgegnete der für alles fremde schwärmende Koseleger. Es kann ihr einfach deshalb nicht vorkommen, weil uns der dazu nötige höhere Kulturzustand und die dementsprechende Anschauung fehlt. In unserem guten Preußen und nun gar erst in unserer Mark sieht man in einem derartigen Hergange nur das Karikierte, günstigenfalls das Groteske, nicht aber jenes Hochmaß gesellschaftlicher Verfeinerung, aus dem allein sich solche Dinge, die man im Übrigen um ihres Raffinements willen belächeln oder verurteilen mag, entwickeln können. Die meisten waren einverstanden, allen voraus Dubslav, dem dergleichen immer einleuchtete, während die Domina von Horreur sprach und sichtlich unmutig den Kopf hin und her bewegte. Voldemar erneute natürlich seine Versuche, die der Tante so missfällige Konversation auf anderes überzulenken, bei welcher Gelegenheit er, nach dem Berühren verschiedenster Themata, zuletzt auch auf den Covent Garden-Markt und den englischen Gemüsebau zu sprechen kam. Das passte der Domina. Ja, Gemüsebau, sagte sie, das ist eine wunderbare Sache, daran hat man eine wirkliche Freude, Klosterwutz ist eigentlich eine Gartengegend, unser Spargel ist denn auch weit und breit der Beste und meine gute Schmargendorf hat Arti Schocken gezogen, so groß wie eine Sonnenblume. Freilich, es will sie keiner so recht und alle sagen immer, es dauert so lange, wenn man so jedes Blatt nehmen muss und eigentlich hat man nichts davon, auch wenn die Soße noch so dick ist. Viel mehr Glück hat unsere alte Schimonski mit ihren großen Erdbeeren, ich meine natürlich nicht die Schimonski selber, sie selber kann gar nichts, aber sie hat eine sehr geschickte Person und ein Berliner Händler kauft ihr alles ab, bloß dass die Schnecken auf die Hälfte jede Erdbeere wegfressen. Man sollte nicht glauben, dass solche Tiere solchen feinen Geschmack haben. Aber wenn es wegen der Schnecken auch unsicher ist, Dubslav, du solltest solche Zucht doch auch versuchen, wenn es einschlägt, ist es sehr vorteilhaft. Die Schimonski wenigstens hat mehr davon als von ihren Hühnern, trotzdem sie gut legen, denn mal sind sie billig, die Eier, und dann wieder verderben sie, und die schlechten werden einem berechnet und abgezogen, und die Streiterei nimmt kein Ende. Kurz vor elf brach das Gespräch ab, und man zog sich zurück. Der alte Dubslav ließe sich nicht nehmen, die Damen persönlich Trepp auf bis an ihre Zimmer zu führen und sich da unter Handkuss von ihnen zu verabschieden. Es waren dieselben zwei Räume, die vor gerade einem Vierteljahr Rex und Tschakko bewohnt hatten, das größere Zimmer jetzt für Melusine, das kleinere für Armgard bestimmt. Als nun beide vor ihren Reisetaschen standen und sich oberflächlich daran zu tun machte, sagte Melusine, dies Himmelbett ist also für mich, wenn es dir gleich ist, beziehe du lieber dies Ehrenlager und lasse mir das kleine Schlafzimmer, zusammen sind wir ja doch, die Tür steht auf. Ja, Melusine, wenn du es durchaus wünschst, dann natürlich, aber ich verstehe dich nicht recht, man will dich auszeichnen und wenn du das ablehnst, so kann es auffallen, man muss doch in einem Hause, wo man noch halb fremd ist, alles so tun, wie es gewünscht wird. Melusine ging auf die Schwester zu, sah sie halb verlegen, halb schelmisch an und sagte, natürlich hast du recht, aber ich bitte dich trotzdem darum und es braucht ja auch keiner zu merken, direkte Kontrolle wird ja wohl ausgeschlossen sein und ich mache keine tiefere Kute wie du. Gut, gut, lachte Armgard, aber sage, was soll das, du bist doch sonst so leichtlebig und wenn es dir hier in dem ersten Zimmer, weil es so nah an der scharfen Flurecke liegt, wirklich etwas ängstlich zumute sein sollte, nun, so können wir zuregeln. Und das hilft nichts, Armgard, in solchen alten Schlössern gibt es immer Tapetentüren und was das hier angeht, und sie wies dabei auf das Bett, alle Spukgeschichten sind immer gerade in Himmelbetten passiert, ich habe noch nie gehört, dass Gespenster an eine Birkenmaser-Bettstelle herangetreten wären und hast du nicht unten den Misseltor gesehen? Mistelbusch ist auch noch so Überbleibsel aus heidnischer Zeit her, bei den alten Deutschen gewiss und bei den Wänden wohl auch, für den Fall, dass die Stechlinst wirkliche Wänden sind. Wenn ich Tante Adelheit ansehe, glaube ich es beinahe und wie sie von den Hühnern sprach und den Eiern, alles so wändisch, ich glaube ja nicht eigentlich an Gespenster, wiewohl ich auch nicht ganz dagegen bin, aber wie dem auch sein möge, wenn ich mir denke, Tante Adelheit erschiene mir hier und brächte mir eine Erdbeere, die die Schnecken schon angeknabbert haben, so wäre das mein Tod. Armgard lachte, ja, du lachst, aber hast du denn die Augen von ihr gesehen und hast du ihre Stimme gehört und die Stimme, wie du doch weißt, ist die Seele? Gewiss, aber Seele oder nicht, sie kann dir doch nichts tun mit ihrer Stimme und dir auch nicht erscheinen und wenn sie trotzdem kommt, nun, so rufst du mich. Am liebsten wäre es mir, du bliebest gleich bei mir, aber Melusine. Nun gut, nun gut, ich sehe wohl ein, dass das nicht geht, aber was anderes, ich habe da vorhin eine Bibel oder vielleicht auch bloß ein Gesangbuch liegen sehen, da auf dem Brettchen, wo die kleine Puppe steht, beiläufig auch was Sonderbares, diese Puppe, bitte nimm die Bibel von der Etagiere fort und lege sie mir hier auf den Nachttisch und das Licht lass brennen und wenn du im Bette liegst, sprich immer zu, bis ich einschlafe. Bis zum nächsten Mal.